Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zurück zu Okami in der HD-Version. Wir haben in der letzten Folge das Hanatal befreit von den bösen, 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 bösen Sachen und haben hier den Baum wieder zum Glühen gebracht, weil wir haben jetzt die wundervolle Pinseltechnik gelernt, dass wir Bäume wieder zum Blühen... Oh, ich habe gedacht, da ruft jemand nach uns. Dass wir Bäume zum Blühen bringen können, was natürlich sehr schön ist. So, und wir hatten schon angefangen, hier so ein bisschen das Tal zu erkunden und so weiter. Und wir werden jetzt einfach mal hier drüben... Wo war die Brücke? Wo war sie? Da vorne? Genau, da haben wir hier dieses... Das Tor haben wir geklärt. Und haben dann... Ja, das hier freigespielt, sage ich jetzt mal. Und wir schauen jetzt einfach mal, was wir hier haben. Namloser Mann killen. Das ist ein großer alter Ofen zum Brennen von Töpferwaren. Schätze, irgendjemand arbeitet hier. Ich wette, man könnte bestimmt einige nette Töpferwaren in diesem Brennofen machen. Oh, wird es schon wieder dunkel hier? Ich glaube, es wird dunkel. So, wir machen hier einiges kaputt. Wir haben ein Pfirsich gefunden. Erhalten! Futtersack! Grünfutter! Knackiges Grünfutter, beliebt bei pflanzenfressenden Tieren. So, dann gucken wir hier drüben. Häschen! Können wir die füttern? Ja! Ups, Entschuldigung! Ich habe die falsche Taste gerückt. Äh... Die fressen dann bestimmte Pflanzen, oder? Ja! Oh! Aber dieses Spiel ist so schön, oder? So fantastisch. Wir sind auch in der, ähm, nächsten Aufnahmesession. Ich hatte ein bisschen Pause gemacht, weil das ganze Lesen doch ein bisschen auf die Stimme geht. Und heute war irgendwie ein nerviger Drextag, und ich bin etwas angenervt, und ich hoffe, dass jetzt hier mit ein wenig Okami die Stimmung doch wieder ein bisschen besser wird. Und deswegen, wir entspannen uns jetzt alle ein bisschen. Vielleicht habt ihr euch was Schönes zu trinken geholt, oder vielleicht auch einen Keks. Und schaut euch mit mir hier zusammen die Welt von Amaterasu weiter an. Wir haben jetzt hier erstmal den Hasen gefüttert. Jetzt haben wir schon drei Tiere. Wir haben die, die Spatzen, die Wildschweine und jetzt die Häschen haben wir gefüttert. Was natürlich sehr gut ist. Oh, es wird dunkel. Oder es wird Nacht, eher so. So, wir schauen uns aber weiter um hier. Was hier... Oh. Noch mehr Pflanzenfutter. Sehr gut. Was ist das? Namenloser Mann killen. Ah, das ist ein großer alter Ofen zum Brennen von Töpferwaren. Ja, okay. Also haben wir hier jetzt zwei... Also killen ist halt, ähm, ja so ein großer Brennofen, wo man halt so Töpferwaren etc. halt macht. Ich wusste das vorher auch nicht. Ich hab das wirklich, äh, vor kurzem erst wirklich gelernt. Also ich kenn mich halt mit solchen Kram nicht aus. Und zwar, kleine Anekdote aus meinem langweiligen Leben. Äh, aus einem Manga tatsächlich, wo es um einen Töpfer ging. Ähm, und da ist ihm der Killen, also dieser Hochofen, ist ihm abgebrannt. Und ich hatte da nachgeschlagen, was das denn genau ist. Und das ist halt so ein altertümliches japanisches Wort dafür. Au, 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 au! Was geschieht hier? Ida vom Dangan Express rutscht niemals aus. Ich bin gefallen und komme nicht mehr hoch. Das muss ein Fluch sein. Kann ich dir helfen? Expressboote Ida. Ich habe keine Zeit, um umzufallen. Die Leute warten auf ihre Post. Diese Monster müssen mir aus Spaß eine Falle gestellt haben. Verdammt nochmal. Ich wusste, ich hätte einen Reiseglücksbringer kaufen sollen. Hey, Hündchen! Das ist ein Reiseglücksbringer, den du da hast, oder? Gegeben, Reiseglücksbringer. Oh, ja. Ich fühle mich so leicht. Mein Körper fühlt sich so leicht an, wie eine Feder. Danke, Hündchen. Du hast mich gerettet. Kann nicht rumhängen. Ich muss meinen Terminplan für meine Lieferung einhalten. Okay, tschüss. Hui, ist der schnell. Ja, perfekt. Oh, da ist was zum Kämpfen. Lass uns mal ein bisschen kämpfen. Uh! So. Mio! Ah, da ist ja noch einer. So viele Gitarren. Ne, das sind Lauten, waren das, ne? So, hier haben wir die tot. Dann sammeln wir einmal das Tüttelkrams ein. So, boxen wir den weg. Boxen wir den weg. Alle weg. Ne, der lebt noch. Oh! Ich hab gedacht, der ist schon tot. Mal einmal alles einsammeln. Ich weiß gar nicht, ob das einfach despawnt, also ob man das gar nicht dann kriegt, oder ob das halt jetzt mitgezählt wird, hier in der letzten. Aber das weiß ich nicht. Was haben wir hier? Oh, die Statue ist schön. Hm? Fahr dir mal das Gesicht von dieser Statue rein. Sie hat den gleichen leeren Ausdruck drauf wie du. Hihi. Wow, du bist so nett. Bis soon. Hier ist, hier ist doch was. Da ist ein Riss in der Wand. Und es kommt da eine schwache Brise raus. Es könnte sich lohnen, diese Wand einzureißen. Okay, warte. Wir gehen einen Schritten zurück. Und. Äh. Du hast alles gegeben, Emi. Glaubst du wirklich, dass dein Sturkopf diese Wand kaputt machen wird? Ja, aber schneiden kann ich ja nicht. Ah. Okay, schauen wir uns später an. Dann laufen wir weiter. Oh. Okay, wir kämpfen weiter. Kämpfen. Ich weiß gar nicht, was man, abgesehen halt, okay, von den Kämpfen oder durch die Kämpfe, kann man halt das Land von den Monstern befreien. Man kriegt Geld. Und was noch? Kriegt man Glück? Ich glaube nicht, ne? Bäm, 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 bäm. Auf die Phrase. Schnipp. Oh, ich hab nicht getroffen. Ich bin, ich bin ein schlechter Künstler. Jetzt aber. Oh, da ist er dort. Da ist er dort. Ist er schön. Na, nur, nur mal ein Baum. Na gut. Macht nix. So, wir laufen jetzt nochmal hier runter. So. Ah, hier ist noch ein Dämonentor. Guck mal. Das machen wir noch. Oder auch noch. Klar. Ah, diese Lautenspieler sind nervig. Äh, schnipp. Ah. Ich treffe mal nicht. So. Ist er tot? Er ist tot. Komm, ich wähle deinen Loot. So, dann einmal hier. Der ist auch tot. Wir auch deinen Loot haben. Dann blockt er wieder. Dann schnippeln wir ihm die Seiten kaputt. Und prügeln den Rest da drauf rum. Oh, und jetzt ist noch einer von denen. Mit den Drums. Konnte ich nicht auch Bäume pflanzen? Ja. Aber was bringt mir das? Oh. Jetzt. Seht ihr das da unten? Unten links wieder das Symbol? Jetzt ist es gelb. Was bedeutet das? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt muss ich da weg. Ach, der Mob ist echt nervig. So, kann ich ihn nicht schneiden? Nee. Okay, weg. Ah, nerviger Boss. Oder, na, Boss ist es ja nicht. Aber es ist halt ein normaler Mob, der viel aushält. So, und jetzt von hinten war das doch. Genau so. So, und jetzt, wenn er... Wie war das, wenn die grau werden? Kann man sie wegschneiden. Genau so. Perfekt. Gut gemacht. Oh. Oh je, die Zeit ist ja furchtbar. Habe ich zu lange gebraucht. Egal. Da sind wieder Häschen. Und Glück. Ganz viel Glück. Errungenschaft freigeschaltet. Der Feind vorm Tor. Okay. Äh, komme ich jetzt hier auch wieder weg? Njong. Ah, nein, ich wollte nicht kämpfen. Ach. Bin ich voll reingerannt. Egal. Boxen, boxen, boxen. Immer weiter boxen. Und jetzt sind sie grau. Und wir schneiden. So, der ist tot. Der ist auch tot. Und alle tot. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Sehr gut. Wir haben schon 40.000 Yen. Vielleicht sollten wir damit mal ein bisschen einkaufen gehen. Aber ich weiß halt nicht, was man damit kaufen sollte. Oh, kann man hier buddeln? Buddeln, 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 buddeln. Ja. So, und jetzt einen Kreis drumrum ziehen. Ah. Ja. Da ist er doch. So, jetzt haben wir schon wieder 81 Glück. Obwohl ich ja in der letzten Folge, äh, Sachen geskillt hatte. Oh, hier kommt man hoch. Was gibt's denn hier oben Schönes? Hier ist ein Weg. Oh Gott, fight! Oh nein! Nicht du! Okay. Schneiden. Okay. Den haben wir. Und schnippen die Schnipp. Okay. Langsam kriege ich ein Gefühl dafür, wie man gegen die Dinger kämpft. Alles klar. Guck mal. 1400 Yen verdient. Nice. Ich weiß gar nicht den Umrechnungskurs von Yen zu Euro. Das weiß ich gar nicht. Ich bin... Oh. Oh, es wird wieder Tag. Okay. Ich hab gedacht, jetzt hab ich irgendwas getriggert, aber... Nein, es wird einfach nur hell. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Äh. Achso, das war Ida. Ähm. Genau, die Kreise sind ja die... Die Sprösslinge. Kann man da lang? Äh. Ja. Okay. Let's go, Amaterasu! Galoppel, 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 galoppel! Oh, oh. Katze ihn! Was ist das denn? Oh! Was zum... Das ist ein Fisch! Fischgegner! Okay. Äh. Ich mach zuerst mal die Kleinen kaputt und kümmere mich dann um den neuen Fischgegner. Er kann fliegen. Okay. Äh. Kann ich ihn einfach in der Luft? Bekämpfe kämpfen? Oder wie? Oder... Oh! Oh! Okay. Okay, da gucken wir uns das gleich im Bestiarium mal an, was das für ein Typ ist. Holy shit! Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Äh. Okay, wartet. Wie war das? Auf... So, dann gehen wir hier rüber. Da. Bestiarium. Neu. Toter Fisch. Der verwandelte Geist einer Frau, die sich selbst ertränkte. Dieser dämonische Fisch kann fli... Fisch. 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 Entschuldigung. Dieser dämonische Fisch kann fliegen, indem er mit seinen Flossen flattert wie mit Flügeln. Wenn du nachts den Kadaver eines Fisches am Strand findest, dann solltest du die Flossen mit einem Kraftstreich exorzieren. Das schlägt den Fisch auf den Boden und jagt ihn zum Teufel. Alter, ist das widerlich. Und wir hatten noch was Neues in der Tierliste. Hase! Diese grünen Futterfresser sind für ihre großen Ohren bekannt. Und diese Samen-Essenden-Babys kann man an den Streifen erkennen. Sehr schön. Okay. Äh... Und wieder raus. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt... Da unten. Super Pyrotechniker Tamas Haus. Riechst du das, Emmy? Dieser Geruch kann doch nur Schwarzpulver sein. Hey, vielleicht ist es für ein Feuerwerk. Das ist ja richtig aufregend. Alter, Issun. Krumms. So, gehen wir hier mal rein. Erhalten Legende von Orochi. Schriftrolle enthält nützliche Informationen. Oh, wir können mehr lesen. Mehr lesen! Oh, meine Nase krabbelt. Ah! So. Legenden von Orochi. Das Dorf Kamiki liegt in den Feldern von Shinshu in Nippon. Dieses Dorf trägt die Bürde einer traurigen Tradition. In der Nacht des Festes erscheint der böse Lindwurm Orochi. Und ein weiß gefiederter Pfeil trifft das Haus einer Jungfrau. Orochi verlangt das Mädchen als Opfer, um sein Leben zu verlängern. Das ging 100 Jahre so, bis Nagi den Lindwurm erschlug. Sogar noch heute erzählen die Dörfler ihre Geschichte. Beim Vollmond der 15. Nacht erscheint der achtköpfige Lindwurm. Das Opfer wird durch einen weiß gefiederten Pfeil bestimmt. Nagi bekämpft die Bestie wegen seiner geliebten Nami. Bis zu dieser heroischen Tat wurden 99 Mädchen geopfert. Entschuldigung. Dies dürfen wir niemals vergessen. Oh, wir haben eine ausgelassen. Ich hoffe, die kriegen wir noch. Ich bin da immer so ein bisschen Perfektionistisch und möchte dann immer alles einsammeln. Aber das wird schon. Es gibt hier so viel zu sehen und zu machen und zu tun. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Verbraucht Moorübe. Wurzel randvoll mit Nährstoffen. Füllt den Magen ein wenig. Ach so, das ist nur ein Blätterhaufen. Kann ich hier rein? Hallo. Schlafe wie ein Murmeltier. Komm nachts wieder. Du hast die Nachricht gelesen. Schätze, wir müssen heute Nacht wiederkommen. Aber was ist denn hier? Hier ist doch irgendwas Wichtiges. Es war natürlich eben auch erst Nacht, oder? Komme ich hier wirklich nicht durch? Nö. Na gut, dann kommen wir hier bei Nacht wieder. Und gehen erstmal da rüber, zu dem Tempel-ähnlichen Gebäude. Wir können natürlich auch erstmal hier die Schriftrolle kaputthauen. Das können wir auch machen. Klatsch, 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 klatsch. So. Zack. Auch wenn das mit dem Pinsel gewöhnungsbedürftig ist, das einzusetzen. Aber es ist schon ziemlich cool. Also mal was anderes. Das macht Spaß. Auch wenn ich total bescheuert Kreise ziehe. So. Äh. Wenn ich da runter, da ist Wasser. Amaterasu mag kein Wasser. Also gehen wir da auch nicht hin. Dann gehen wir zurück. Da die Treppen rauf. Njong, 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 njong. Auch schön, wie sie, äh, je schneller sie läuft, desto mehr Blumen und Blätter sie, äh, hinterlässt. Das finde ich voll schön. Oh, ein Schild. Zum Feuerwerksgeschäft. Und. So. Was? Lese ich das, das gleiche Schild nochmal? Zum Agatha-Wald. Okay, da wollen wir eigentlich noch gar nicht hin. Ich will da runter. Nee, da vorne ist, äh, da, da, da will ich kurz hin. Nee, da, 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 da. Und zwar. Einmal hier diesen Grasbüschel wieder blühend machen. Genau so. Oh, was ist das denn? Ein Riss? Wow, der Boden hier ist ganz schön aufgerissen. Was? Ich wette, er könnte mit einer mächtigen Explosion zerstört werden. Boom! Und es würde wie ein billiges Souvenir kaputt gehen. Also müssen wir tatsächlich zu dem Typen mit dem Feuerwerk, um, ja, das in die Luft zu sprengen. Oh, da ist eine Kiste. Kiste, 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 Kiste. Erhalten, füttern, Tipps. Ah, ist das, äh, Schriftroller enthalten, nützliche Informationen. Blub, blub. Ist das Nummer 5? Ja, guck mal. In wiederhergestellten Gebieten kehrt das Leben zurück. Füttere die Tiere richtig und du erhältst Glück. Okay. Und was war das hier? Logbuch? Äh, achso, Dauerschläfer. Ja, das war Schlaf wie ein Murmeltür. Okay. Hä, wuff! Ich hatte doch Samen, oder? Ich kann die doch füttern. Füttern! Ihr Samen! Ja! Oh, das ist so schön. Aber das haben wir auch schon gesehen. Deswegen überspringen wir die Szene. Und Glück! Skillpunkte! So, und jetzt will ich da runter. Genau, hier runter will ich. Aber die Musik ist so schön hier, oder? Hat man richtig Lust auf Abenteuer. Oder? So Legend of Zelda-Style mäßig. Was ist da vorne? Ist das ein Stein? Oh nee, hier ist noch mehr. Man nimmt sein Schwert, man nimmt sein Schild. Und ist auf dem Weg. Das hier ist eine Wächterstatue. Aber ich glaube, hier war seit Jahren keiner mehr. Und sie ist in ganz schön schlechter Verfassung. Sie tut mir irgendwie leid. Warum lässt du nicht eine Opfergabe hier? Ja, ich habe aber nichts zum Opfern. Außer dich, Issun. Habe ich nicht gesagt. So, was haben wir hier? Hallo? Mondschrein. Die Leute läutern sich hier, bevor sie die Mondhöhle besuchen. Wir gehen rein. Hallo? Ich bin eine Gottheit. Macht Platz. Hallo? Mika. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Das ist ja schrecklich. Ja, würde ich so wedeln, würde ich auch sagen. Priester des Mondschreins, Mika. Ah, ein höchst willkommener Gast hat unseren Schrein betreten. Du kommst genau zur rechten Zeit, Wolf. Ich muss mit dir sprechen. Da draußen ist der Harami-See, Nippons größter See. In seiner Mitte war ein alter Schrein, den man Mondhöhle nannte. Aber er ist komplett verschwunden. In Luft aufgelöst. In ihm war der böse Dämon, den Nagi und Shiranui einst besiegt hatten. Außerdem enthielt er Tsukuyomi, das sageumwobene Schwert, das den Dämon an Ort und Stelle band. Dieser Dämon, sein Name war... Nein, ich werde verflucht sein, wenn ich ihn sage. Es war Voldemort. Ist ja auch egal. Der Punkt ist, was um alles in der Welt ist mit dem Schrein geschehen. Er wurde Tag und Nacht von dem Tau-Meister Waka bewacht. Als er einmal zurück in die Stadt ging, da ist es passiert. Oh, Mann. Entschuldigung. Entschuldigung. In letzter Zeit sind Monster auch hier aufgetaucht. Diese unheilstiftenden Monster sind die schlimmsten. Ich vermute, das hier ist ihr Werk. Nun, vielleicht nicht diesmal. Aber man muss sich trotzdem um sie kümmern. Ich habe bereits eine gesuchten Liste für sie vorbereitet. Mikas Monster-Liste. Unimaru, der Unverbesserliche. Bivamaru, der Vandale. Akutsuko? Ne. Jetzt ist wieder die Frage, ob das U mitgesprochen wird oder nicht. Entweder es ist Akuso oder Aksu. Der Eindringling. Iso, der Seitenschneider. Toya von den Unbeherrschten. Die Götter werden alle diese gesuchten Monster mit einem Zeichen markiert haben. Man erkennt sie sofort, sobald man sie erblickt. Aber sie sind sehr vorsichtig. Sie kommen nur bei Nacht heraus. Kannst du losgehen und die Liste irgendwo aufhängen, Wolf? Ich bin sicher, irgendeine mutige Seele wird sich der Herausforderung stellen. Erhalten Mikas Monster-Liste. Mögen dich die Götter immer beschützen. Hey, das ist doch die perfekte Aufgabe für uns, Amy. Lass uns die Liste behalten und uns selber um all diese unheilsstiftenden Monster kümmern. Ich meine, wir werden ihnen ja sowieso begegnen, ob wir es nun wollen oder nicht. Dann können wir auch die Belohnung für sie kassieren. Aber anscheinend kommen sie nur bei Nacht heraus. Lass es uns probieren. Okay, äh... Es wird dunkel. Na, das geht ja schnell. Oh Gott, hi! Iso, der Seitenschneider, erscheint. Okay, das ging... Was ist mit diesem Monster? Es steckt ein exorzierender Pfeil in ihm. Exorzierende Pfeile sind heilige Relikte, mit denen man das Böse vertreibt. Das bedeutet, irgendjemand wollte dieses Monster wirklich loswerden. Komm schon, Amy! Gib ihm den Rest! Lass es nicht entkommen! Ich hau ihm auf den Sack, Mann! Denn ich bin eine Gottheit. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Und da ist er grau. Und wir schneiden ihn in zwei Teile. Bup, bide, bup! Iso, der Seitenschneider, besägt. Mit einem Seitenschneider. Oh, der war schlecht. Entschuldigung. So, wo war denn der andere Fels-Typi? Achso, wir haben schon gewonnen. Also eins von... Wie vielen? Ich weiß es gar nicht. Es ist eins dieser gesuchten Monster aus der Monsterliste. Und wir haben es gefunden. Junge, man weiß nie, was man als nächstes findet. Du weißt diese Monsterliste, die du hast? Nun, du kannst den Namen des Monsters, um das du dich gekümmert hast, ausstreichen. Das Monster, das du gerade besiegt hast, ist auf der gesuchten Liste. Nimm deinen Pinsel und streiche den Namen auf der Liste aus. Der Seitenschneider war das. Genau. So ungefähr habe ich das auch gemalt. Das ist ein Monster weniger. Wenn es so weiter geht, dann dauert es nicht lange. Und du hast alle Namen ausgestrichen. Nachdem du sie besiegt hast, solltest du den Priester besuchen. Vielleicht wird er dir eine Belohnung geben. Na klar. Sind die irgendwie auf der Karte markiert? Nein, natürlich nicht. So, wir gehen jetzt einmal zurück zu dem Feuerwerkstypi. Das sagt die Timex. Okay, das machen wir jetzt noch schnell. Obwohl, der labert uns bestimmt zu, oder? Ich laufe hin. Sagen wir es so. Wir laufen hin. Wir kämpfen hier noch einmal kurz. Weil wir sind auch schon wieder am Ende des Parts angelangt. Aber hier wird nicht gekämpft. Zack. Und wenn er uns dann da wieder ein Ohr abkaut, möchte ich das lieber im nächsten Part haben. Anstatt irgendwie das zu zerteilen. Das finde ich immer so ein bisschen unschön, wenn dann irgendwie mitten im Dialog dann da mein Cut kommt. Das ist irgendwie blöd. Und ich möchte halt auch die Parts nicht unnötig lang ziehen. Weil ich weiß, dass viele sagen so, ah, halbe Stunde ist schon ein bisschen viel oder ein bisschen lang. Und deswegen möchte ich da nicht großartig drüber ziehen. So, und runter. Runter, 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 runter. Okay, den bekämpfen wir auch noch und dann mache ich... Oh nein, Fische! Warte, wie war das? Was hatten die gesagt? Die Fische? Nee. Sie haben einen neuen Gegenstand erhalten, sagt mir mein Steam gerade. Ja, danke schön. Ich schneide dich in Stücke, Fischkopf. Uju, uju, uju. Ist er grau? Kann ich den schnippeln? Nein. Ah, aber er ist tot schon. So. Kann man hier auf dem Boden der Tat sagen, mein Freund? Moment. Oh, oh. Okay. Ja. Perfekt. Na, perfekt nicht, aber passt schon. So, jetzt ist hier auch auf. Aber wie gesagt, das schauen wir uns in der nächsten Folge an von Okami in der HD-Version. Vielen Dank, dass ihr weiterhin hier mit mir dieses wunderschöne Spiel durchlebt. Ich bin Whitey. Wir sehen uns im nächsten Part. Knutsch, knutsch! Wir sehen uns im nächsten Mal. 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 Vielen Dank.